Auf diesen Tag heute habe ich mich schon lange gefreut. Heute ist das Hochschulabschlussturnier. Ich bin der Nando, ich bin vierjährig und bevor es los geht, muss ich zuerst noch etwas essen. Und meine Fische brauchen auch noch zu morgen. Bei Malika brauche ich aber noch Hilfe. Zum Glück hilft Mama, mein Bruder und Papa. Ich spiele sehr gerne unser Key. Und vielleicht bin ich bald so gut wie die vom H3. In der Hockeyschule habe ich gelernt Schlittschulen, im Team miteinander spielen und habe schon super viele Spenden gefunden. Ich bin sehr froh, dass es GKB Hockeyschule gibt und ich freue mich auf nächste Saison. Bis zum nächsten Mal.